International. Olympische Spiele? Ah, doch nicht. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Und wir haben uns hier auf Empfehlung von Onkel René, von Knapp und Frisch, das Pizza-Ding geholt. Der Teig extra dünn. Einfach so aufrollen, was? Das macht doch gar keinen Sinn, Digga. Das geht hier denn. So aufrollen. Das holt ja gar nichts, Digga. Der geht ja gar nicht auf, der Scheiße. Ein Streamer da draußen, Brills rocken kann. Done, Marcel. Einfach so ein richtiger Beißer sind das, Alter. Wie kann ich mich hier? Mit Co? Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Guck mal jetzt, Jungs. Jungs, guckt uns das an. Guckt uns das an und jetzt kommt, kommt, kommt. Jungs, kommt! I got black, I got white, what you want? Ja! Ja! Digga, ich werd sauer! Keine Ahnung, ich würd an seiner Stelle nicht die Bestellung singen, sondern einfach die Begrüßung von McDonalds, weil ich denk mal, gerade du jetzt auf der Hauptschule, deine Zukunft wird halt McDonalds sein. So ist's. So ist's. So ist's. Wir haben jetzt angefangen, heute war mein Probetag. Back Opening of Knossi's Art Ihr könnt euch selber vorstellen, dass sie gut schmecken und dass du es vielleicht auch, wenn du eine raue Zunge hast wie ich, schaffst ein bisschen Material runterzuschleifen. Lass dir schmecken, ich darf nicht spucken, Ruhe, ich darf nicht spucken, Ruhe, Ruhe, nicht spucken, nicht spucken, aaaaaaah Die 300 Euro müssen sich gelohnt, die 300 Euro sollen sich gelohnt haben Krieg's nicht gekaut, Alter Ey Chat, tut mir mal ganz kurz den Gefallen, tut mir mal ganz kurz den Gefallen im Chat und klickt mal bitte auf den Link von Flash of Clans drauf, das würde mich extrem glücklich schätzen, wenn ihr da mal vorbeischaut, meine allerjudsten Besten Denn das wäre einfach nur korrekt im Sinne der Community Alter, eine Stunde, sieben Minuten, Warteschlange Nee, das ist falsch, Digga Das kann nicht sein Moller the Trimax hier, willkommen zur neuen Season Hier will ich gar nicht drauf Jetzt bin ich doch tot, habe ich den Effekt noch? Ich bin der losteste Spieler aller Zeiten Ey, ich gehe auf die Zip-Line, damit ich den keinen Sturzschaden-Effekt kriege Maybe I've been slipping back What is that? Dead in South, car sick on a Tuesday Thomas, come to me, I don't know what I need an attack Sehr geehrte Damen und Herren, ich wollte Sie nur darauf aufwärtsamachen, dass das Sportbistro dieses ECEs jetzt gehört hat Ich bin hier oben Ich weiß gar nicht, ob das meine Mutter für Storys war? Mutter, Mutter Wann war das? Es wird auch noch geschminkt, weil das so sch*** aussieht Ich bin hier oben Ich weiß Komm jetzt Ja, okay Bist du fertig? Ja, ich bin gleich fertig Okay Ich komm ja Komm schnell Ja, tschüss Los Was hat da der Bub? Haben Sie sich geärgert? Was ist da los? Setz dich hin Was ist los? Ja, das ist sch*** aussieht Haja, du hast aber auch ausgesehen Wie durch die Kacke gezogen Machen wir weiter, das ist gut Hat aber auch heute Akne Das ist nix Guck doch mal Kannst du nicht sagen, das ist das Kacke nix Das ist doch gut Was ist daran gut? Achja, das ist die Wahrheit Spring gegen die Wand Wie sind die vor mir? Ich will doch einmal, er soll ein zweiter sein 107, 107, 107, 107 107 Hallo geht doch mal auf euch Hallo Hey, warte Mein Controller ist eigentlich jetzt verbodenlos Ich bin grad so, so auf dieses Sch***spiel Ey Bruder, ich bin nur ganz unten Ich bin, egal in welches Game ich reingehe Ich bin ganz unten Guck, wie geht das? Ehrlich, wie geht das? Dafür muss man auch ein Talent haben Ich bin thinking about you Bei Sascha hab ich nen Gameplay, weil du das gut spielst, ne? Monta und Gixen machen Buxta-Hude unsicher Oh nie So ne Strasse, Digga Oh nein So, jetzt aber Ich hab auch zu Marcel jetzt gesagt, Digga, diese Stadt hat sich sowas von ins Negative für mich auch persönlich entwickelt Okay Oh Digga, ne, da lauf ich jetzt aber nicht durch, ey Let's get loud Let's get loud Let's get loud Let's get loud I caught it bad just today You and me recording your place Wer sich jetzt an deiner Kamera versteckt, Digga Ist ja widerlich, René Digga Kannst dich mal zusammenreißen von den Leuten, Alter Ja Hehehe 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 Okay, den ist das peinlich gewesen gerade? Nicht, nicht beachten Nicht beachten Alles gut Hehehe 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 Wort über unseren Community-Link bestellt Das ist doch so, wo man raucht mit, oder? Woher weißt denn du das? Pumpgun, ne, wie heißen die Dinger? Pumpgun? Ne Schlaganfall? Was macht man, Mutter? Wenn, wenn ich jetzt auf einmal einen Schlaganfall kriege? Ja, dann sterb ich und dann ist gut Children hurt and you hear them crying Ich hab gesehen du warst ein bisschen im Shisha-Bak-Kaffee Oh geil Wie liefen Scheine? Ich fahr grad durch Von Ne Ne Ab in Von Sch 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 Okay Hehehe 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 Oh ne Ich hab vor Scheiße Ist 1-1 bei Barca jetzt grade? Aaaaaaaah Weil ich die da erzählt hab und jemand ein Auge geschmissen hat Ich darf meine Scheine nicht mehr zeigen, denk Today He take me to the other side Zum Kotzen Deine Blase wird auch immer kleiner, gehst ja schon fast so oft pissen wie der Rentner Aaaaaaaah Scheiße Monte hat getweetet Menschen die in der 50er-Zone 48 fahren lösen Aggression in mir aus Das mach ich immer Für welche Einlaufmusik beim Abi entscheidest du dich? Mario Otaaaah Otaaaah Untertitelung des ZDF, 2020